Sagen auf in die vorletzte Mission, ins erste Kapitel. Okay, ähm, erreiche den Unterschlupf in unter 15 Minuten, ist dann jetzt gleich die Herausforderung, sofern wir rausgehen. Äh, also einmal durchrennen wir. Mehr oder minder, also die Heldentage, also jetzt haben wir alle Sammlerstücke, drei davon werden uns ja angezeigt, zwei müssen wir, äh, finden. Cool. Ist das Snow? Ist das eine kleine Muni? Hier hinten ist... Ähm, Medikets? Wie der Muni, äh, hinten ist es eine Medikets. Da hätte ich auf jeden Fall gerne noch eins von mir. Na dann? Das ist ein Abfahrt, ne? Ja, Speedrun, ne? Oh, nee. Oh, Mann, der Kunde den Wald. Ich glaube nicht, dass es allgemein so groß ist. Wow, 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 wow. Was wird das denn hier? Also ich denke, man wird halt schon, äh, genug Zeit haben, obwohl beim Zusammenbau, und gut, da haben wir uns auch ein bisschen Zeit gelassen, aber auch trotzdem relativ schnell. Ah, noch einer. Mein Gott, Alter. Die Fiescher, Alter, ey. Ah, dann springst du mich auch noch an, oder was? Ich bin der Schreier. Bis jetzt wird mir noch nichts angezeigt. Ja, gut, Hann wird dieses Mal schwierig zu finden, glaube ich. Ja, aber halt ganz geil, ne? Ja, das stimmt. Also, die Hann, den Indikator werden wir wahrscheinlich in dem Run hier wahrscheinlich eh nicht mehr krass haben bekommen. Klar, es sind noch vier mögliche, fünf mögliche Hände. Oder vier wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, müsste man es halt nochmal durchspielen. Ah, weißt du, was die auch mit eigenem Zwiefernrohr meinen? Vielleicht zählt das auch, wenn du die, dass du die Luft dabei auch anhalten musst, weißt du? Das kann sein, ja. Ja, aber so ist es, wenn ich da rein, eine Vermutung. Ja, das kann nicht die Möglichkeit sein. Hinter uns kommen auch welche anscheinend. Oder hinter mir ist es zumindest. Oh, da ist jetzt gerade mal ne, 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 ne Zombiemasse, wo man sagen kann, jo, die kann man auf jeden Fall mal so mitnehmen. So, erkundet die Ruinen. Rein, komm, weg. Gehschütze ist tot. Einer zumindest. Und bis jetzt habe ich auch noch nichts. Ah, Blutfontäne, super. Äh, doch da, also hier hinter ist denn die Heldentat auf jeden Fall. Wird mir schon mal angezeigt. Warten auf Spieler, Blutfontäne. Fraykit muss doch hier irgendwo sicher sein. Wahrscheinlich, ja. Warum seid ihr so? Andere Spieler warten auf dich, ja, ist ja gut. So, los. Hier oben ist mal Amo, sehr stark, sehr nice. Oh, bist du da? Vor allem die Creeper sind halt eigentlich die, die ich gar nicht haben will. Hier macht das schon. Ich guck mal, ob ich das Upgrade-Kip finde. Äh, 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 der Granade. Aber ja, ich denke mal, das wird hier wahrscheinlich irgendwo liegen. Also, gibt's denn eigentlich was für die Upgrade-Kips, dass man da so einen Indikator hat? Keine Ahnung. Äh, gibt's vielleicht noch was? Nö, was kann das aus? Ein Loch, wo die rauskommen. Da liegt nix. Also, Zombie-Massentechnisch ist hier auf jeden Fall ordentlich was los. Da oben könnte ich nochmal drüber glattern. Das denkt ja. Oh. Entweder bin ich komplett blind oder es liegt hier wirklich nicht. Also, das ist halt beides unnachbar. Ja, möglich. Sehr gut möglich. Wo? Äh, aua. Wird man einfach von hinten angesprungen? Ich bin so ein Held der Sonne. Wieso? Ich bin auf ein Mute-Key gekommen und red die ganze Zeit. Das ist natürlich, äh, sehr anlackig dann, ja. Wirst du mit Locken? So wie kann ich ja? Sieht fast dann aus, oder? Oh, bitte nicht. Das reicht. Oh Gott sei Dank. Noch ein Mute geholt. Ja, ja. Ja, Anlage, ne? Das ist halt wirklich ein Anlage, ja. Ach ja. Und ich wundere mich so, warum gibt mir denn keine Antwort? Der ist so, hä? Guckst du rüber auf den zweiten Bildschirm und den dann so, ups. Da ist man gemutet. Ach, wie häufig das schon einem passiert ist. Oh, ja. 77er-Kombo. 79. Ja, da ist, äh, leider ein bisschen spät, ne, Mitte-Kombo. Äh, falsches Level. Oh. Das ist gar nicht mal so schlecht da hinten. Helden-Tat vor uns ist der Typ auf der Brücke, den müssen wir beschützen. Ach, lol. Ja, wow. Das war hart. So, kommt mal an meine Punkte ran, würde ich sagen. Oh Mann, ich hab mich schon wieder gemutet. Das kann ich nicht mehr. What the fucks? Haben wir hier irgendwas? Muni? Eigentlich mein Muni. Ah, Muni. Wollen wir hier auch machen? Ja, können wir machen. Warum nicht? Punkte. Wieso hast du überhaupt schon wieder so viele Punkte? Ja, weil ich ja eine 82er-Kombo hatte. Das ist ja schon wieder Beschiss. Oh Gott. Was hast du davon? Nee. Ich hätt sie liegen lassen. Und jetzt hoch, abgebrochen. Ach, seid wirklich? Das war halt wirklich so. Ich war bei mir auf jeden Fall aber durch, das könnt ihr nachschauen. Ja, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Oben Zweifer? Wer will hin? Warte, warte, ich will das jetzt. Oh Gott, das will, da sind ein paar viele Sniper. Ihr schafft das schon. Na ja. Aua. Oh, bitte sag. Was? Könnte? Jo, das war, das war Volltreffer. Das ist so ein Shot gerade gewesen. Ja, müsste eigentlich, Alter, hier sind ja mann, 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 mann. Aber da wird gelegen. Hallo. Wird mich hinlegen. Man, jetzt kommt hier voll vieles Sniper oder was? Gar nicht schlecht, eigentlich nicht. Ja, eigentlich nicht, das stimmt. Wenn ich mich mal angucken würde, dass ich mal Schuss draufkriegen würde. Ja, also ich habe aber keinen, keinen Counter, also ich habe nichts gut geschehen bekommen, ne? Also ich dachte auch jetzt, da hinten ist noch irgendwo einer. Was war da? Hm. Also. Ähm. Ein Counter kriegst du erst, wenn es fünf oder so sind. Das ist bei, äh, ja, aber jetzt mal, jetzt mal, Buddha bei die Fische, wie willst du denn? Fünf Stück hintereinander durch ihr eigenes Zielfernrohr. Na, nicht hintereinander, sondern es, der eine wird hier gut geschrieben, es wird aber erst offiziell angezeigt. Also wenn du links halt so ein kleines Balken, äh. Oben ist der Comic. Äh. Und Munition unten. Hier kommen wir hoch. Habt ihr gemacht? Ja, sie hat getriggert. Ich konnte, ich konnte durch eine Tür reingehen. So, by the way. Ähm. Der oben, ah. So, Comic, habe ich. Ich habe den mal aufgenommen. Ja, Brief ist hier vor uns. Ach ne, nicht schon wieder, Snippo. Gott, deswegen. Wo denn? Da. Ah. Come on, jetzt. Hm. Komm, guck mich an. Kopfschloss, Scharfschloss, im Kühl. Hm. Ja, alter, auf der, auf der Ding, auf dem Ding ist er auch. Ich bin ja mal gespannt. Also ich, ich habe zwar kein, kein Ding ist bekommen, kein, kein Killcam oder sowas. Bin mal gespannt, ob das halt wirklich denn so ein Kill zu müssen so war. Ja, ich hoffe halt auch, dass ich wenigstens ich eigentlich geschrieben bekommen habe. Das musst du nachher mit mal nachgucken, ähm, bei, äh. Ja, guck ich. Dann, wenn wir am nächsten, äh, Safepoint sind. Genau. Guck ich rein. Wenn es da nichts zählt, dann weiß ich nicht, wie das läuft. Also, ne. Da steht jemand mit meiner Schussbahn, um mich hitter auszusehen, die ganze Zeit auf ihn. Ich bringe jetzt aber also mit den Headshots und der Pistole, das funktioniert auf jeden Fall bei mir ganz gut. Das müsste bei mir eigentlich auch funktionieren. Besonders, wenn ich, äh, ich habe ja das Perk drin, dass ich, äh, mit meiner Old Headshots drückt automatisch. Ja, das hast du davon. Komm ich da jetzt wieder runter. Dann atmen wir mal mit. Ach, hier komm ich runter. Oh, egal. Du deakst gleich wieder, ne? Ich mein ja nur. Nein. Nein, du doch nicht. Nein. So. Der Brief ist hier unten irgendwo. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir da runterkommen. Ähm, müsste normalerweise hier irgendwo runtergehen. Da, rechts. Hier geht runter. So geht's Rune. Heißt, wir brauchen Upgrade-Kit und Hand. Und Händchen. Äh, Zeit 11 Minuten 15. Oh ja. So. Sollten wir auch drauf achten. Granate. Hier haben wir Ammo. Da ist der Brief. Und Hand, ja Hand muss man jetzt mal tatsächlich gerade gucken, ne? Nicht, dass sie wirklich hier irgendwo. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie hier draußen irgendwo ist. Oben auf dem Turm vielleicht? Oh mein, auf dem Tauern. Abschlussrohr. Ich komme erst mal runter zum Tisch. Wir sind ja eigentlich hier runter, ne? Wir haben die Entscheide hier getrackert. Es ist halt wirklich viel, wo die Hand jetzt sitzen könnte. Viele Vierer Röhren und sowas, wo sie drauf sitzen könnte. Boah, auf jeden Fall ein Taktor noch sehen. Hm. So. Echt? EuDISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISISIS